YouTube, was geht, ist wieder soweit. Neues Fall Guys Video. Und dieses Mal besondere Konstellation an Spielern. Wir haben zusammengespielt mit Revi, mit TJ, mit Julian Bam. Nicht nur, dass Revi einfach komplett verloren ist und immer in der ersten Runde rausfliegt, sondern auch, dass Julian Bam extrem mega gemein ist und die ganze Zeit einen festhält. Checkt die Jungs gerne ab, deren ganzen Twitch-Links sind in der Videobeschreibung. Und mal sehen, ob ich in einer Team-Konstellation einen Win schaffen kann. Wenn Julian Bam mich festhält und Revi, also mit Revi zusammen im Team Gelb, ist ja wirklich Hopfen und Malz komplett verloren. In diesem Sinne, viel, viel Spaß mit einem neuen Vollgeist-Video. Kuss aufs Auge. Vollgeist 16,24. Ja, bis ich dich gefunden habe, Alter. 16,74. Na, 16,24. Falsch. Hab ich. Bist du ein Goldener, ne, mit so Flammen dran. Genau, richtig. Oh, krass. Ja, kick mal rüber, Dicker. Ich kick, ich kick, ich kick. Komm, gib ihm. Und hier geht es jetzt darum, bei diesem Teamspielen auch zu gucken, wer hat jetzt am wenigsten, wer ist gefährlich. Zum Beispiel Team Gelb hat ja jetzt drei, dann würde es ja Sinn machen, okay, jetzt wieder zwei, dann würde es ja Sinn machen, den letzten vom Blau zu klauen. Aber du bist jetzt Team Gelb. Richtig. Deswegen muss ich verteidigen. Schön rüber. Ja, schön, Micky, schön. Ja, ja, ich kann das. Ich hab in dem Game schon 16 Wins, Revi. Man kann es gewinnen. Was meinst du? Man gewinnt immer eine Lobby, oder wie? Ja, ja, also du kannst, es gibt immer ein Gewinner in der Lobby. Ich coach dich hier durch, Revi. Bei der nächsten Runde bin ich wieder drin, ne? Äh, leider nicht. Wie? Ja, wenn du einmal raus bist, bist du raus. Nein, das ist doch scheiße. Ja, ist scheiße. Aber deswegen, die ersten zwei, drei Runden kommst du eigentlich ja mal weiter. So. Okay, hier muss man springen, ne? Genau. Bei dem Spiel, das gibt es einmal normal. Jetzt siehst du ein grünes Teil da, wo du rüberspringen musst. Und dann gibt es das auch noch einmal im finalen Modus. Ist ja stressig, oder? Das ist mega stressig. Und wenn du jetzt einfach runterlaufen würdest, wärst du raus, ne? Und wenn ich runterlaufen würde, bist du raus. Und das dreht sich jetzt so lange, bis elf Leute, ja, ja, die halten fest. Und das dreht sich jetzt so lange, bis oben rechts, siehst du es auch? Elf Leute ausscheiden. Ach du Scheiße, spielst du das competitive? Ja. Das wird immer schneller, das Ding, ne? Das wird immer schneller. Ja, stark gespielt, Micky. Stark, Alter. Das ist auch gut, dass du dir gerade ein bisschen was angucken kannst. Ja, 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 ja. Das ist jetzt zum Beispiel wieder ein Teamspiel. Ach so. Drei verschiedene Teams. Gelb, Rot, Blau. Und du musst versuchen, durch die einzelnen Reifen zu springen. Komm, hol dir Reifen. Du musst mehr Reifen holen. Da ist einer, da. Der Goldene. Komm mal, Revi, da oben gibt es Goldene, ne? Ja. Die Goldenen geben fünf Punkte. Alter, da musst du rein. Ja, ja, der ist schon weg. Komm durch da. Ja, schön, Micky. Da oben ist auch einer. Ja, Blau kackt hier richtig rein. Blau kackt hier richtig rein. Ihr seid schön vorne, ihr seid schön vorne. Du machst das hier, Maschine. Komm. Ja. Performance 2 ist in Ordnung bis dato, Micky. Ich brauche ein bisschen mehr Performance hier. Das, 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 das. Alter. Da, was? Da juckt mir das Arschloch, Micky. Boah, ist das spannend. Ich muss mich gerade richtig tief krapfen. Boah, ist das geil. Komm durch da jetzt. Schön auf Vorsprung hier. Schön gespielt, Junge. Und durch da. 30. Den müssen wir nochmal kriegen hier oben. Und jetzt durch die Seite. Ja, schön, haben wir, haben wir. Und der nächste da hinten. Komm, durch. Schalt auf den Gelben. Jawohl. 51, ja, wir sind weiter. Gelb ist raus. Und du musst dir vorstellen, die Gelben in diesem Game sind einfach die Trimax, Leute. Bevor das Team-Game startet, hoffst du einfach schon, dass du nicht Team-Gelb kommst. Oh, du Trimax hier. Okay. So, ziehen sie weiter. Das könnte jetzt schon Finale sein. Dann siehst du mal so ein finales Game. Das ist ein geiles Game, auch zum Spectaten, ne? Ah, mega. Mega. Auch wenn ich jetzt ganz gerne dazugucken werde. Bei dem Game geht's da drum. Siehst du die mehreren Etagen? Ja, ja, man fällt runter, wenn man drüberläuft. Genau, genau, richtig. Wie bei Minecraft, wie bei Minecraft, ja, ja. Und du versuchst jetzt, äh, du musst so lange zu bleiben, wie es geht. Genau, richtig. Ja. Ja, schöner Run, schöner Run. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Obacht, Micky. Schön die Ecken abrennen. Hier, hau ihn runter, das dumme Huhn. Ja, hier, jetzt kannst du die ganze Plattform nochmal mitnehmen hier. Guck mal hier, so macht man das nämlich. So spielt man auf Zeit, ne? Aber du kannst das nicht als Patch haben und einmal komplett runterfallen, ne? Zurück, ja. Ah! Nein, Micky! Oh mein Gott! Oh, da oben wäre ich so safe gewesen, Revi, ne? Scheiße, Alter, ja, ja, ja. Boah, neun Leute, das ist echt Kampf, Tribute und Parnehm hier gerade. Wahnsinn. Ich sehe mich als professioneller Caster von dem Game. Da geht's so tief runter, deswegen muss ich mich konzentrieren. Da ist die, da ist die, da ist die Hölle. Wie ein kleiner Frosch hüpft der hier. Grazil wie eine Ente. Ah, da ist noch einer runtergefallen, stirb. Ja, noch einer, komm. Und jetzt, jetzt nochmal nach drüben, jetzt nochmal nach drüben, schaffst du. Ja. Ah, die Schle... Oh, Micky! Was für ein Sprung! Oh Gott, das wäre mir zu viel. Das wäre mir zu viel, Micky. Ich schaff das nicht. Die Mechanics hat er drin. Oh Gott, komm. Du musst noch ein bisschen durchhalten noch. Ja, wenn du jetzt hier auf gelb bleibst, ist alles safe. Hast du, hast du Maschine, hast du. Er hat das Ding. Wahnsinn. Wenn du jetzt runterfällst, ist es vorbei, ne? Ja. Nein. Ja! Das ist der Sieg! Boah. Du hast gewonnen. Jawohl! Du hast einen Win geholt. Ja, erste Runde mit Revi. Das on stream, start! Start, Junge! Boah, wir haben so gut gespielt als Team, das ist Wahnsinn. Wir zwei. Direkt in die nächste Runde. Bitte nicht Team Gelb, komm, das weiß ich jetzt schon mal. Nicht Team Gelb. Ja, das musst du immer sagen. Immer bitte nicht Team Gelb. Dann ist alles fein. Bitte nicht Team Gelb. So. Ich bin Team, ich bin nicht Team Gelb. Nee, nee, Team ist kein Teamspiel. Hier ist gerade noch jeder Solo. War ein Witz, war ein Witz. War ein kleiner Scherz. Wollte nur gucken, ob du aufpasst. Los! Los! Nein! Geht weg! Geht weg, ihr Schweinehunde! Nein! Ich bin Letzter. Ja, du musst in die richtige Richtung, nicht in die Richtung gegen... Oh Revi, oh nein. Du musst in die richtige Richtung laufen und das richtig abschätzen, weißt du? Ja. Ist alles noch möglich? Ja, easy, alles noch drin. Ey, spring durch! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin unten! Ich bin unten! Komm, trag mich durch! Komm! Geradeaus, genau! Ja, wichtig! Geh Karussell, lass mich durch! Dann musst du durchspringen. Ich bin raus, oder? Ich bin ja schon wieder raus. Ah! Ey! Ey! Das war nichts, Revi. Ich muss mich dran gewöhnen. Ich muss mich dran gewöhnen. Boah, das ist Wahnsinn. Grausam, dieses Game. Was passiert mit denen, die tot sind? Weiß man, was mit denen danach passiert? Die kommen zurück in die Lobby. Boah, sind die alle fett. Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich! Ihr seid hier eigentlich alle dumm, oder was? Ihr müsst einfach nur hier hoch. Ihr seid zu dumm. Ihr seid zu dumm. Ihr seid alle dumm. Ihr seid alle dumm. Ihr seid alle dumm. Und eure Eltern lieben euch nicht. Die haben die Wippe hier geklemmt. Die Wippe ist eingeklemmt. Da ist uns her. Die Wippe klemmt. Hallo! Wir kommen gerade nicht weiter. Das gibt's gar nicht. Das machen wir. Was machen wir? Wir müssen warten. Wir müssen warten. Hier laufen alle andersrum, Miki. Wir müssen andersrum. Ja. Ich laufe hier über die Strebe in der Mitte. Geht das? Da kommt die Wippe. Mutter, nein! Nein! Ich fall immer weiter. Ich respawn nicht. Hallo? Oh, ich glaube, das Game ist gecrashed. Oh, ich glaube, das Game ist gecrashed. Starkes Spiel! Starkes Spiel! Starkes Spiel! Ready up! So, und jetzt los. Jacken. Hindernisrennen. Bin ich sehr gut. Pass auf. Drew, für dich. Über die Hindernisse auf der Streik. Und du musst ausweichen. Bei den Bällen und... Du hält dich fest! Hör mal auf! Ich war noch nie ein- und wir weiter als die erste! Okay, warte. Sehe ich die Pfeile eigentlich da drüber? Ganz linksrennen. Bei den Bällen ganz links. Und bei der Super später auch ganz linksrennen. Oh, mittige Tür auf. Oh, ich komme raus. Sehr gut. Boah, stressig hier, Alter. Ja, komm! Ja, easy. Sind wir alle qualifiziert? Ja. Siebter! Ja, mega! Dominanz! Sehr gut. Oh, boy. Ich freue mich schon auf die Teamspiele mit euch. Aber ich fände es auch cool, wenn man irgendwie mal nur Team-Matches auswählen könnte. Ja, das fände ich geil. Ja? Oder dass so Finale kommt, dass man vielleicht auch als Team gewinnt. Nein, der Türenlauf! Hey, der Türenlauf ist einfach easy. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es einfach gesagt. Was der Türenlauf. Ah! Nice! Sehr gut. Ey, du bist vorne wieder, ne? Du bist... Revi, schaffst du's? Nein, 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 nein. Das Grüne bewegt sich. Du musst aufpassen, dass nicht beides zusammen ist. Und pass auf, die anderen können dich hier auch übel nervig runterschubsen. Wo ist Revi, Alter? Wo ist Revi? Nein, Juh, lass mir jetzt mal bitte. Bitte gönn mir mal den Erfolg. Ey, also das ist ja... Juh, fuck mich ab. Lass das, bitte. Du bist so ein Abfucker. Holy shit, wie er mich jagt, du. So, was denn? Ah, oh mein Gott. Oh no, oh no. Oh no, das ist Karma, das war Karma. Nein. Ja, Alter. So gut. Wir sind die Lasten, wir sind die Lasten. Scheiße. Scheißen Dreck, ey. Das hier ist Revi. Komm, schnipp runter, ja, du Hund, runter mit dir. Nein. Aber ich bin mir nicht so sicher mit dem T-Shirt. Bist du gestorben? Alter, nicht recht. Hey, Revi ist trotzdem raus, oder? Ja. Ja. Aber trotzdem deutlich, deutlich besser. Deutlich besser, deutlich besser als du, wirklich. So. Komm, Miki, hol uns den Sieg. So, komm. Ey, du hast noch nie so einen Spieler gesehen, der so gut ist wie Miki. Miki gewinnt. Nein, Miki. Oh shit. Auf den Call. Jump, jump. Oh, Miki, nee. Komm, so kenn ich dich nicht. Warte, 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 warte. Miki, danke. Oh, 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 oh. Oh. Moin. Das, oh mein Gott. Oh shit. Oh, yo, 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 yo. Ei, 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 ei. Alter, der wird hier durchgereicht wie, wie, wie eine Tic Tacs Packung am, am Kassenband. Komm, die sind alle dumm. Die fallen alle runter. Ey, es lebt nur noch, es lebt nur noch zwei, ne? Drei. Oh Gott. Ah, die haben mehr Flächen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Nein. Nicht die Eule, Alter. Ich hab die schon immer gehasst. Ich hasse die Eule für die Eule, Alter, ey. Oh, Finale mit 14 Leuten. Das ist übel. Die Flächen gehen so schnell weg. Nein. Ey, ey, kann nicht sein. Ich bin komplett, ich bin komplett unten. Ich bin komplett unten. Ich werde das nicht mehr überleben können hier. Alter, weg da. Ey, nein. Ey, Micky, du bist so eine Maschine. Ey, warum landest du auch? Das ist insane. Tim ist aber die ganze Zeit in der Lobby noch. Ich bin bei dem Game-Kopf-Klug. Der geht raus und der ist vorbei. Ja, shit. Deswegen. Let's go. Das ist der Win. Das ist der Win.